Sabine Meyer ist eine deutsche Klarinettistin und gehört heute weltweit zu den renommiertesten Instrumentalsolisten. Im Zusammenhang mit ihr fällt auch der Begriff der Primadonna absoluta. Meyer war 1983 eine der ersten Frauen bei den Berliner Philharmonikern, gab die Stelle als Soloklarinettistin dort aber auf. Weil es ihretwegen Streitigkeiten zwischen Orchester und dem Dirigenten Herbert von Karajan gab und sie zunehmend anderweitig als Solistin gefragt. War. Seit 1993 hat sie eine Professur an der Musikhochschule Lübeck. 1994 arbeitete sie mit dem Jazz-Klarinettisten Lady Daniels und dem Arrangeur-Komponisten Tori Zito zusammen. Sabine Meyer ist mit dem Klarinettisten Rainer Wehle verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Bruder Wolfgang ist ebenfalls Klarinettist. Auszeichnungen 1996 Niedersachsenpreis für Kultur 1997 Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg 2001 Bramspreis der in Heide ansässigen Bramsgesellschaft Schleswig-Holstein 2004 Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein 2007 Praetorius Musikpreis 2010 Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 2013 Bundesverdienst Kreuzi Erste Klasse 2013 Bundesverdienst